und damit hallo und herzlich willkommen hier wieder bei danny27zv zu einer weiteren folge hier bei ARK. so wir werden heute einiges schaffen so und zwar werden wir unsere Festung hier ein wenig sicher machen schlimm aber ich bin immer noch so erkältet aber wir versuchen das beste draus zu machen so genau ähm wir müssen weiter hier runter und dann äh was denn hier ich finde noch ein paar steine dann perfekt ok so machen wir mal gucken ob wir hier unten ein bisschen steiner kriegen wir laufen langsam so wo haben wir denn das Tor so jetzt fehlen uns Fasern willst du mich verarschen so dürfte schicken aber jetzt los komm ich möchte jetzt bauen los und ok äh was fehlt uns jetzt noch ich brauche noch eins Stein und Holz dürfte denke ich schon schicken perfekt genau so den Rest ballern wir hier ok da kann man vielleicht noch ein bisschen klopfen ja denn wir wollen ja hier auch keine fremden Viecher oder sowas haben bei uns ne so Inventar ja ernsthaft ja wir müssen warten jetzt aber Wahnsinn so hier fangen wir einfach mal an würde ich sagen ja so machen wir das so dann setzen wir hier jetzt ein Tor rein wow perfekt ich brauche jetzt hier gerade keine Waffen danke aber die Nachfrage so so es ist so wie ein bisschen Improvisieren ähm schon gedacht aber auch da kommt keiner durch aber auch da kommt keiner durch Perfektor guck da kommt nämlich schon so ein scheiß Viech was wir hier nämlich nicht haben wollen ja genau beschäftige dich mal da unten mit dem in der Zeit kann ich hier in Ruhe mich fertig zubauen wow ja müssen wir so machen wo sind die Viecher jetzt hin schauen wann komm lekt jetzt in die So, perfekt. Super, gut, dann haben wir die Seite hier eigentlich abgeschottet. Ja, du kommst da nicht durch, haha, cool, so, jetzt gehen wir rüber auf die andere Seite, machen wir nämlich dasselbe, dass wir hier ein bisschen sicher sind, das ist, so wie das letzte Mal hatte ich nämlich jetzt hier keine Lust nochmal, hier so angegriffen zu werden. Ihr könnt euch bestimmt noch dran erinnern, wo wir hier angefangen haben zu bauen, perfekt, oder? Ja, komm, jetzt fliegen wir hier so schräg rüber. So. So. Gut, was haben wir denn noch übrig? Fünf. Na, da können wir ja hier vorne uns nämlich auch noch zumachen. Das ist ja ein Draum. Das ist ja ein Draum. So. Haben wir da echt für gut hingekriegt, ne? so. So. Ich wollte mir hier... hier nehme ich mal so einen Schutz hinbauen, für hier, wenn ich nämlich, falls nämlich doch hier was ankommt, dass ich da so ein bisschen geschützt dann bin. so. Jetzt haben wir das, das, das. Ähm. Jetzt fehlt uns Leder. Okay. Ähm. Wir können aber mal gucken. So, da bin ich wieder, da war der Controller mal aus. Passiert auch mal, ne? Ähm. Was sind das denn? Oh ja, Pfeile, das ist gut. Aber wo ist der Bogen dazu? Äh. Juppe. Wir bauen mal zwei, ich baue immer zwei, nicht wundern. Damit man, ähm, mal was da hat. Ähm. Gott. Ne, halt. Wir müssen hier drauf bleiben. Hier müssen wir hinten. Was fehlt uns denn jetzt, wenn wir noch Pfeile machen wollen? Wie so? Feuerstein. Ja gut, das kriege ich hin. So. Und jetzt glaube ich noch mal Holz, ne? Gut. Ähm. Fasermanns. Eigal. Knochen. So. Jetzt machen wir erstmal Pfeile. Genau. Damit ich dann auch mal jagen kann. Okay, perfect. Ta-dum, ta-dum, ta-dum. Ähm. 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 Perfekt. Gut. Holz habe ich hier genug. So. Das kann ich mir immer wiederholen. Ähm. Ähm. Ey, das sieht cool aus. So. Mal gucken, ob unser Viech hier draußen noch ist. Sehr cool, ne? Wenn das noch da wäre. Könnten wir das nämlich... Da hinten mit der Leder. Hier vorne ist es. So. Können wir hier natürlich auch schön hochlaufen. Oh, ein Traum. Flugsaurier haben wir auch. Ne. Aber da, äh da ist es doch. Hier. Da hinten ist es. Ah, wir sind alle gelockt. Hm. Man. Guckt mal hier auch wieder hoch. Ich stehe auch wieder hoch. So. Scheiße. Ich bin zu schwer. Ähm. Jetzt kann ich aber hoch von da. Ja, woher. Ja, perfekt. Geil. Äh. Wo ist es hin? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ha, nicht mit mir, hast du verstanden. Cool, dann haben wir das auch geschafft. Ich gehe zurück ins Haus und dann verabschiede ich mich auch schon von euch. Ich sage danke fürs Reinschalten. Euer Daniel, 27. Tschüss.